Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich komme gerade aus einem sehr anstrengenden Stream, weil aktuell läuft in Diablo 4 echt schlecht. Wir haben die Ultra-Lags des Grauens. Nicht bei allen, es gibt viele Spieler, die haben ganz normale Performance. Aber ich hatte so ungefähr die Hälfte der Leute haben massive Lags, so wie ich. Dass das Spiel, da sieht man es gerade, gerade unspielbar ist. Also man kann eigentlich nichts anspruchsvolles laufen. Hardcore müssen wir gar nicht drüber reden. Dann wurden, es ist seit einer Woche ungefähr, die Trades aus. Den Grund kennen wir wegen einem Exploit für Dupes. Und dann kam ja das Update. Das 7 GB Update, 1.3.1, wo auch schon das lunare Erwachen mit drin ist. Mit dabei wurden alle Endboss-Materialien, die mehr als 100 in eurer Truhe waren, zerstört. Also rippern alle Leute, die sich über eine Woche Scherben zusammengesammelt haben oder Eier oder Destinierte Furcht über 100 im Lager hatten. Die wurden bis auf 100 alle gelöscht. Das geht, wir wissen nicht wieso, es gibt kein Statement von Blizzard. Aber das geht wahrscheinlich mit einher, mit den ganzen Dupern, Verkäufen und Käufen. Und ja, da wurden einfach mal alle Endboss-Materialien gelöscht. Mir wurden auch 16 Eier gelöscht. Ich hatte 116 Eier, also 2 Stacks hatte ich. Und dann nochmal 16 Eier, 16 Eier einfach weg, die ich gesammelt habe. Also mich hat es auch getroffen. Ich hatte ein paar Leute im Stream, die hatten teilweise 4, 5 Stacks an Scherben richtig krass gesammelt. Alle weg. Und das ist natürlich ein sehr zweischneidiges Schwert. Wenn ihr die Sachen jetzt gekauft habt, was gegen die Terms of Service sind, dann hält sich mein Mitleid ein bisschen in Grenzen. Aber wenn ihr jetzt wirklich mal eine Woche richtig reingesuchtet habt. Und gerade jetzt mit der neuen Höllenflut kann man wirklich richtig krass Scherben sammeln. In 1, 2 Tagen kann man da 2, 3, 4, 5 Stacks zusammen bekommen. Und da finde ich es richtig, richtig fies, dass Blizzard das ohne es anzukündigen einfach die Dinger gelöscht hat. Dann wurde Malfa deaktiviert. Für alle, die aktuell in der Season vielleicht den Uber-Dungeon Malfa machen wollen, den ich euch hier gerade auf dem Barb gar nicht zeigen kann. Ich logge mal eben um. Gewölbe des Webstuhls meine ich. Ihr erinnert euch an den Uber-Dungeon. Ich kann gerade nicht reingehen, um euch das zu zeigen. Aber es war so, bis bevor die das offline genommen haben, dass ihr für 7 Kerne und ein bisschen von diesen komischen Steinen in den Dungeon reingehen konntet. Und dann random disconnected seid. Und dann waren eure Materialien weg, ohne dass ihr Malfa besiegt habt. Und die wurden euch auch nicht mehr gut geschrieben. Das war der Grund, wieso der Webstuhl offline genommen wurde. Und wir wissen nicht, wann er wieder zurückkommt. Und ob ihr eure Materialien zurückbekommt. Ich denke, ich gehe mal nicht davon aus. Auf jeden Fall richtig, richtig RIP, dass so viele Fehler so früh in der Season mit drin sind. Und wenn man überlegt, dass wir schon zwei Patches hatten. Wir hatten den A-Patch und den 1.3.1-Patch, der viele Bugfixe schon hatte. Und mit jedem Bugfix kamen irgendwie neue Bugs rein. Also aktuell ist es eher die Season des Bugfixes als Season des Konstrukts. Finde ich sehr schade. Einige hatten jetzt auch wieder diesen Bug, dass wenn sie in der Höllenflut noch Glut über hatten, nach dem Patch diese Glut immer noch hatten. Das wird bestimmt bei dem einen oder anderen von euch auch sein, dass ihr die Glut vom Vor-Patch wieder gut geschrieben bekommen habt. Freut euch. Ich habe leider keine Glut gut geschrieben bekommen. Aber ja, der Backel ist auch wieder da. Außerdem gab es auch noch Änderungen zu Uberlid, habe ich erfahren. Die zweite Phase wurde komplett umgeändert. Was da geändert wurde, weiß ich nicht. Aber haben mir einige im Stream gesagt, dass Uberlid gereworkt wurde. Da war ich ja gestern aus Schwitz einfach mal drin, um die zu besiegen mit dem Gewittersturmbarbar. Bin aber nicht über Stufe 1 hinausgekommen, über Phase 1. Also weiß ich, wie Phase 2 aussieht. Könnt ihr ja gerne mal in die Videobeschreibung schreiben, was da sich geändert hat. Da wurde auch irgendwas geändert, wurde uns nicht gesagt. Also viele Änderungen, die vorgenommen werden, die uns nicht gesagt werden. Blizzard verfällt ein wenig in, ihr erinnert euch zurück, vor Season 1 oder mit Season 1, Zeiten zurück, wo Änderungen vorgenommen wurden, wo Hotfixes durchgenommen wurden, wo Patches reinkamen ins Spiel, ohne die vorher anzukündigen. Gerade, dass die Materialien für Duriel und für die Endbosse einfach gelöscht werden, finde ich eine Frechheit. Wenn sie es vorher announced hätten, okay, aber einfach Materialien zu löschen, die nicht auf deinem Charakter sind, sondern in der Box, finde ich wirklich, wirklich schlimm. Außerdem noch eine neue Neuigkeit. Diese beiden Uber, Unique, Glyphen, Leitsteine, Dinger können wohl auch beim flüsternem Baum fallen. Ob das so sein soll, weiß man nicht, aber aktuell ist es so. Einige Leute finden diese beiden Leitsteine oder Abstimmungssteine beim flüsternem Baum. Also für alle, die diese beiden Steine suchen, die man übrigens nicht leveln kann, hatte ich auch ein paar Mal die Frage bekommen, und Malpha aktuell nicht machen können, macht flüsternem Baum, da könnt ihr die auch bekommen zu einer geringen Chance. Ja, was mich am meisten aktuell stört, ist für mich persönlich die Performance, weil es für mich aktuell unspielbar ist. Ich kann es aktuell nicht spielen, weil es so extreme Lags sind, dass ich alle zwei Sekunden, eine Sekunde ein Lag habe und teilweise dadurch sterbe, keine Inputs machen kann, mich nicht heilen kann, keine Angriffe machen kann und ich sehe, wo die Gegner herkommen. Es ist wirklich frustrierend. Ich mag solche Videos eigentlich nicht, wo ich nur Ablässer über Diablo, weil ich immer noch der Meinung bin, dass es ein sehr, sehr cooles Game ist und da der richtige Weg verfolgt wird und ich eigentlich positiv gestimmt bin. Aber diese Season, was hier aktuell passiert, da kommt vieles zusammen und da fällt es mir wirklich schwer, gute Argumente zu finden. Vor allen Dingen stelle ich mir immer wieder vor, ich kriege heute das Game, starte das Game heute, ist meine erste Stunde in Diablo 4 und dann habe ich diese Performance. Ich kann nicht traden, klar, Season kann ich jetzt auch nicht spielen, weil ich das Spiel neu starte und dann muss ich erst mal die Hauptkampagne spielen, aber die massiven Lags, ich kann nicht traden. Ich höre von meinen Kollegen, ey, da wurden Materialien einfach gelöscht. Auch eine ganz komische Sache, die ich ein paar Mal hatte, wir werden auf ganz komische Server transferiert und sind auf einmal auf japanischen Servern, auf russischen Servern und nicht auf deutschen Servern. Auf einmal sehen wir nur noch Japaner um uns rumlaufen, was wir auch nicht so ganz nachvollziehen können. Wir müssen ausloggen und wieder reinloggen. Nicht, dass das die Lags beheben würde, aber ja, hilfreich ist das halt auch nicht, dass wir dann auf irgendwelchen komischen Servern spielen. Also aktuell viele Dinge, die da nicht zusammengreifen und ich sehe schon die Kommentare über die ganzen Leute, dass Blizzard nur Fehler macht und so. Ja, aber ich bin überzeugt, eine Woche, zwei Wochen, dann ist das alles behoben. Wir können wieder traden, wir können Malfa wieder machen. Dann kommen die Leaderboards und alles wird gut. Aber jetzt aktuell macht das Game wirklich wenig Spaß. Und gerade jetzt ist ja eigentlich so die Phase, wo wir alle richtig reinkreifen wollen mit Duriel. Finde ich sehr schade. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich weiß, es wird sehr negativ sein, aber versucht mal positiv zu bleiben, so wie ich. Muntert mich vor allen Dingen ein bisschen auf. Lasst gerne ein Follow da, da würde ich mich sehr darüber freuen. Like auf dem Video. Und dann sehen wir uns hoffentlich vielleicht auch heute im Stream ein bisschen Duriel legen. Ein paar Materialien habe ich da noch, trotz Cap von auf 100. Wenn ihr da mitmachen wollt, gerne mal Twitch abchecken. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Hau rein. Hau rein.